Ich bin Ismail und seit vier Jahren Muslim. Ich hatte die Gedanken im Kopf, was passiert nach dem Tod und habe dann auch angefangen zu forschen. Ich habe auch meinen Zivildienst an der Kirche gemacht, aber es hat mich nicht so überzeugt. Und dann, Alhamdulillah, habe ich ein Buch in die Hand bekommen, Islamische Bestattung. Und habe dort drin gelesen, wie man bestattet wird in Islam. Und das hat mich, Alhamdulillah, sehr fasziniert. Und dann habe ich mich weiter informiert und habe den Koran auch in Deutsch gelesen. Und da habe ich dann meine Antworten gefunden, bezüglich was nach dem Tod passiert. Und habe dort auch über die Einzigkeit von Allah gelesen, dass er alleine ist, dass er keine Teilhabe hat. Und Alhamdulillah habe ich dann 2001 den Schritt gemacht und bin dann zum Islam konfrontiert. Und seit dieser Zeit fühle ich mich sehr wohl, sehr beruhigt. Und Alhamdulillah, ich habe diese Entscheidung niemals daran gezweifelt. Und Alhamdulillah ist der beste Weg, der sauberste Rein. Alhamdulillah. in Alhamdulillah. Vielen Dank.